Ich hab mich gefragt, ob du Samstagabend schon was vorhast. Nein, nicht, dass ich wüsste. Willst du zusammen was auf die Beine stellen? Nein. Man, du bist wirklich das größte Arschloch, das mir bis jetzt übernies gelaufen ist. Heißt das so viel wie nein? Rune, Rue, Couché. Avec moi, est-ce-soir? Non, mais pas, pas, pas. Ich stehe auf, ähm, une Jungfrau. Bist du ne Spionin oder sowas? Ja, ich bin Spionin. Was macht man für Geschäfte in Ostbänien? Bist du ein richtig kleiner James Bond, Mann. Halt! Leckt mich! Gotcha!